Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Preist den Herrn! Es tut so gut, in die Gegenwart des Herrn zu kommen. Die Gemeinde ist kein Gebäude, sondern eine Zusammenkunft von Gottes Volk. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte, sagt Jesus. Wir kommen zusammen, um den Herrn Jesus Christus zu feiern, weil er durch und durch liebenswert ist. Niemand ist wie er. Bei ihm zu sein, ist ganz anders als beispielsweise beim Arbeitsplatz zu sein. Bei der Arbeit sind unsere Leistungen und unser Verhalten von größter Wichtigkeit. Wer man ist, darauf wird kein Wert gelegt. Bei einem Vorstellungsgespräch kommt es einem Arbeitgeber darauf an, was der Bewerber zum Unternehmen beisteuern kann. Nicht darauf, was das Unternehmen für den Bewerber tun kann, richtig? Und sobald ein Arbeiter seine Fähigkeiten verliert oder sobald er nicht mehr nützlich ist, kann er sich verabschieden. Vielleicht fliegt man nicht raus, aber man wird versetzt. Dadurch kommt zum Ausdruck, sie waren nicht mehr nützlich. In der Arbeitswelt wird man nach Nützlichkeit beurteilt. Und das ist leider die Welt, in die unsere Kinder eintreten. Es ist das Gesellschaftssystem. Aber im Reich Gottes ist es ganz anders. Selbst wenn wir da unsere Nützlichkeit verlieren, wenn wir nicht mehr produktiv sind, oder wenn wir eine schwierige Phase durchmachen, ein Tal, durch das wir gehen, und in dem uns nicht mehr nach Beten zumute ist, vielleicht, weil wir geistlich angegriffen werden, oder vielleicht wegen unserer eigenen Dummheit, was immer es ist, wir machen irgendeine dunkle Zeit durch. Selbst dann verlässt der Herr uns nie. Psalm 23 ist der Lieblingspsalm vieler Menschen. Und da betet David, der Herr ist mein Hirte. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie er den Psalm anfängt? Er sagt, der Herr. Er spricht in der dritten Person. Der Herr ist mein Hirte. Er spricht zu uns. Mir wird nichts mangeln. Ich habe alles, was ich brauche. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und dann kommt er zu diesem Teil, zum dunklen Tal. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten. Er macht also eine finstere Zeit durch. Aber ist Ihnen aufgefallen, dass er jetzt von der dritten Person zur zweiten Person wechselt? Jetzt spricht er den Herrn direkt an. Und wenn ich auch wandere durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn Du bist bei mir. Dein Stecken und Dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Gerade wenn wir im finsteren Tal sind, ist es gut, mit dem Herrn zu reden. Selbst wenn wir gerade gefrustet sind. Manchmal ist es bei mir so, dass ich nicht mal ein Gebet übrig habe. Mir ist alles über den Kopf gewachsen. Ich verstehe nicht, was los ist. Mit mir oder in meinem Umfeld. Ich weiß nicht mal, was ich beten soll. Aber selbst in solchen Zeiten rede ich mit Gott. Herr, ich habe kein Gebet. Wichtig ist nur, dass wir mit ihm reden. Wir können wie David bekennen, Du bist bei mir. Dein Stecken und Dein Stab, die trösten mich. Gott sei Dank, sagt David, und wenn ich auch wandere, durchs. Durch. Wir sind nicht im Tal, um dort zu bleiben. Wir gehen durchs Tal hindurch. Zur anderen Seite. Und er deckt uns einen Tisch, nicht in Abwesenheit unserer Feinde, sondern in Anwesenheit unserer Feinde. Das heißt, selbst während wir noch Krankheitssymptome haben, während wir noch Herausforderungen haben, während unser Schuldenberg noch unüberwindlich vor uns aufragt, während wir noch all unsere Probleme sehen, sagt Gott, iss. Manchmal, wenn wir im Tal sind, haben wir keinen Appetit, aber er sagt, iss. Damit meint er kein körperliches Essen, sondern geistliches Essen. Labe dich an Jesus. Und genau das wollen wir in diesem Gottesdienst tun. Preis den Herrn. Er ist durch und durch liebenswert. Und, denken Sie daran, wir müssen schon Buße tun, aber Buße tun ist Sinneswandel. Sehen Sie, ich predige Buße. Die Leute merken gar nicht, wie viel ich über Buße predige. Die beste Buße findet nämlich unbewusst statt. Während Gottes Wort vermittelt wird, ändert sich die Gesinnung. Diese Gesinnungsänderung ist nötig, damit wir unser Gesellschaftssystem nicht in Gottes Reich übertragen. Wie gesagt, in der Arbeitswelt werden wir für unseren Beitrag wertgeschätzt. Die Wirtschaft ist gewinnorientiert. Wenn wir zum Gewinn beitragen können, haben wir Wert. Dann kommen wir voran. Aber sonst nicht. Das Reich Gottes ist ganz anders. Doch leider haben wir dieses Gesellschaftssystem ins Reich Gottes übertragen. Erinnern Sie sich an Elia? Er war ein Mann des Glaubens, richtig? Er hatte ein Wort von Gott für Ahab, einen bösen König. Er sagte, es wird weder Tau noch Regen fallen. Es sei denn, ich ordne es an. Und es passierte. Drei Jahre lang gab es eine Dürre. Erinnern Sie sich, was Gott für Elia in dieser Zeit tat? Die Bibel berichtet, dass er in seinen glaubensvollen Tagen aus dem Bach Kritt trank und dort von Raben mit Essen versorgt wurde. Und als der Bach austrocknete, wurde er von einer Witwe versorgt. Doch später machte Elia eine Depression durch. Und da sagte er, Herr, lass mich sterben. Er hatte Angst bekommen, weil eine Frau, Isebe, schwor, ihn zu töten. Und er floh. Für ihn war das ein dunkles Tal. Er machte eine finstere Zeit durch. Er war so deprimiert, dass er sagte, Gott, lass mich sterben. Aber wissen Sie was? Gott ließ ihn nicht sterben. Überhaupt nie. Elia starb nie. Bis auf den heutigen Tag. Elia lebt im Himmel. Er wurde von einem feurigen Streitwagen direkt in den Himmel gebracht. Und er ist immer noch dort. Ich weiß nicht, in welchem Teil des Himmels er ist. Nun, wer von ihnen ist froh, dass Gott uns nicht immer unsere Wünsche gewährt? Elia sagte, Herr, lass mich sterben. Und er ist einer der wenigen, die nie gestorben sind. Er ist irgendwo im Himmel. Also, in seinen glaubensvollen Tagen wurde ihm sein Essen von Raben gebracht. Doch in den Tagen seiner Depression wurde ihm sein Essen von Engeln gebracht. Und dann ernährte ihn Gott selbst. Ist das nicht erstaunlich? Wir müssen unsere Denkweise ändern. Wir denken, wenn wir deprimiert sind, lässt Gott uns links liegen. Wenn wir hingegen voller Glauben sind, schenkt Gott uns seine Gunst. Nein. Gut, es stimmt, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Aber Gott liebt die Seinen. Gott möchte, dass sie wissen, sie sind wichtiger als das, was sie tun. Wir alle kennen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, oder? Wer ist mein Nächster? Jemand stellte Jesus diese Frage, und daraufhin erzählte er das Gleichnis. Aber wir vergessen, dass das Kapitel nicht damit endet. Das Kapitel in Lukas endet mit etwas, was uns den Schlüssel für das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gibt. Am Ende des Gleichnisses sagte Jesus dem Fragesteller, nun geh und mach es genauso. Dann ging Jesus in das Haus von Martha und Maria, und Maria saß Jesus zu Füßen. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung ab und regte sich über Maria auf. Sie war gestresst und sagte zu Jesus, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Aber Jesus erwiderte, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Sehen Sie, der Herr wies sie nicht für ihre Hilfsbereitschaft zurecht, sondern dafür, dass sie sich so viel Sorge und Unruhe machte. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist. Es ist nur eines wirklich wichtig, Jesus zu Füßen zu sitzen und sein Wort zu hören. Das ist der Schlüssel zur Aufforderung, geh und mach es genauso, ein barmherziger Samariter zu sein. Solange wir nicht in seiner Gegenwart waren und von ihm gehört haben, können wir auch nicht gehen und es genauso machen. Der christliche Glaube dreht sich nicht einfach ums Tun, sondern darum, von Jesus zu hören, von ihm zu empfangen und dann zu gehen und zu tun. In der Arbeitswelt ist es anders. Bei einem Vorstellungsgespräch darf man als Bewerber nicht zu fordernd sein. Was kann das Unternehmen für mich tun? Oder? Sonst wird einem gesagt, übrigens, da ist die Tür, der Nächste bitte. Richtig? Im Reich Gottes heißt es, das tue ich für euch. Gnade ist nichts, was ihr tun könnt. Mehr noch, Gott sagt uns, bitte tut nichts, denn ich will keine Leistung von euch. Nichts, was wir tun, kann das Ergebnis hervorbringen, das Gott sich wünscht. Entsprechend sagt Gott, empfangt von mir. Nur im Reich Gottes läuft das so. Deshalb ist der Protagonist in den Gleichnissen von Jesus meist so jemand wie der verlorene Sohn, ein Loser, ein Geringstehender, ein Verlorener. Das sind diejenigen, die am meisten gewinnen. Das sind diejenigen, die den Segen bekommen. Das sind diejenigen, die Gottes Gunst erleben. Die Letzten werden die Ersten sein. Ein Glaube, der so klein ist wie der kleinste Same, kann Berge versetzen. Die Gesellschaft ist ganz anders geprägt. Deswegen müssen wir umdenken. Wir verfehlen das Ziel, wenn wir denken, dass es Gott auf Größe und Stärke ankommt. So nach dem Motto, wir brauchen Durchsetzungsvermögen. Wir müssen uns ordentlich reinknien. Nein. In diesem Jahr, in dem Weisheit unser Leitthema ist, glaube ich, dass Gott uns eine Weisheit gibt, die voller Gnade ist. Eine Gnadenweisheit. In diesem Sinne wollen wir jetzt einen Bibelfers lesen, der zeigt, wie der Dienst von Jesus ist. Der Prophet Jesaja lebte mehr als 400 Jahre, bevor Jesus als Baby in Bethlehem geboren wurde. Jesaja prophezeite, dass der kommende Messias folgende Eigenschaften haben würde. Das, wodurch sich sein Dienst auszeichnen sollte. Was meinen Sie, zählt er auf? Ein König, der von seinem Thron aus herrscht? Jemand, der sich all die anderen Völker unterwirft? Wird jemand Mächtiges, der auf einem Pferd dahergeritten kommt? Nein. Jesaja prophezeit über den Messias, Matthäus 12, Vers 20, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Damit beschreibt Jesaja, wodurch sich der Dienst von Jesus auszeichnet. Das zerknickte Rohr zerbricht er nicht, und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Was kommt damit zum Ausdruck? Jesaja benutzt zwei bildhafte Vergleiche aus der Kultur, in der er lebte, und in der Jesus später lebte. Erstens, das zerknickte Rohr. Gemeint ist ein Schilfrohr, wie auf diesem Foto. Das haben wir in Israel aufgenommen. Der Arm gehört jemandem, der mit uns auf einer Israelreise war. Wir sahen dort diese kräftigen Schilfrohre. Natürlich gibt es da auch dünnere, kleinere Rohre. Damals, zu Zeiten von Jesus, wurden diese Rohre beispielsweise als Gehstöcke für ältere Menschen oder als Messstäbe benutzt. Kinder benutzten kleinere Rohre, um Flöten zu machen, okay? Hier ist ein Junge, der auf so einer Flöte spielt, beim See Genezareth. Wir fanden dieses Schilfrohr. Ich war zusammen mit unserem Pastorenteam beim See Genezareth, und da sahen wir dieses Schilfrohr am Ufer liegen. Also sagte ich ihnen, hey, lasst uns das mal veranschaulichen. Dieser Vers über ein geknicktes Rohr kam mir in den Sinn. Also bat ich Pastor Joe, auf dem Rohr zu spielen. Aber sehen Sie, dass das Rohr am Ende gespalten ist? Sehen Sie das? Es ist ein gebrochenes Rohr. Also früher machten Kinder daraus Flöten, indem sie Löcher ins Rohr schnitten und dann darauf spielen konnten. Aber das geht nicht mehr, wenn da ein Riss drin ist. Ähnlich bei einem Strohhalm. Wenn man aus einem Strohhalm nicht mehr gut trinken kann, wirft man ihn weg. Warum? Weil Strohhalme billig sind. Genau wie Schilfrohr. Davon gab es eine ganze Menge. Also warfen die Kinder rissige Rohre sofort weg. Am Ufer gibt es eine Menge Schilf. Am Jordan und beim See Genezareth. Überall wächst dort Schilf. Besonders beim Jordan kann man eine Menge Schilfrohre finden. Ein rissiges oder zerknicktes Rohr wurde also sofort weggeworfen. Aber Jesus wirft es nicht weg. Er wirft uns nicht weg, selbst dann nicht, wenn wir geknickt sind. Er bricht uns nicht. Wenn unser Lied verstummt ist, wenn keine Musik mehr aus uns herauskommt, wenn wir das Gefühl haben, dass unser Leben kein gutes Licht mehr auf Jesus wirft, selbst dann wirft er uns nicht zur Seite. Er liebt uns. Kein Arbeitgeber ist so. Kein Arbeitgeber sagt, sie bekommen eine Leistungsprämie, obwohl sie nichts geleistet haben. Wir wissen, dass sie mit Depressionen zu kämpfen hatten. Also gewähren wir ihnen die Leistungsprämie. Nein, so funktioniert das nicht in der Arbeitswelt. Wir müssen Buße tun. Soll heißen, wir müssen umdenken. In Gottes Reich läuft es nicht so wie in der Arbeitswelt. Wir dürfen uns auch dann lieben lassen, wenn wir uns entmutigt fühlen. Das ist nicht leicht. Ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel Lass los und lebe. Aber nach dem Schreiben des Buches wünschte ich mir teilweise, ich hätte es nicht geschrieben. Ich wünschte, ich hätte lieber ein anderes Buch mit einem Titel wie Die Kraft von Gottes Wort oder so geschrieben. Nicht Lass los und lebe, wie man frei wird von Stress, Sorge und Angst. Denn manchmal kommen mir sorgenvolle Gedanken, von denen ich meiner Frau Wendy erzähle. Und dann sagt sie mir, mach dir darüber keine Sorgen. Und dann ertönt hinter mir auch noch die Stimme eines Fünfjährigen, der sagt, lass los und lebe, Papa. Ich drehe mich um und mein Sohn lacht mich aus. Manchmal wünschte ich mir also, man, hätte nur jemand anders dieses Buch geschrieben. Aber ich muss mein eigenes Buch leben, richtig? Und das ist eine Herausforderung. Vermutlich geht es einigen von Ihnen ähnlich. Eigentlich kennen Sie diese Wahrheiten. Aber es gibt Zeiten, da gehen Sie durch ein Tal. Es gibt Zeiten, da werden Sie geistlich angegriffen. Ängste, Sorgen, Niedergeschlagenheit greifen Ihre Gedanken, Ihr Herz an. Was ist Gottes Haltung Ihnen gegenüber in solchen Zeiten? Nun, ein geknicktes Rohr bricht er nicht. Selbst wenn Ihr Lied verstummt, seins nicht. Er singt weiter über Sie. Er jubelt weiter über Sie. Er bleibt Ihnen nah. Er ist weiter mit Ihnen. Sein Stecken und Stab trösten Sie. Das zweite Bild. Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Was genau ist damit gemeint? In wenigen Tagen werden einige von Ihnen mit mir in Israel sein. All die, die nach Israel gehen, sagen, Halleluja. All die nicht gehen, sagen, meine Güte. Okay. An einigen Orten, wo wir in Israel hinwollen, kann man das als Souvenir bekommen. Teilweise umsonst, teilweise muss man es kaufen. Und zwar so eine kleine Öllampe aus Ton, wie Aladdinslampe. Haben Sie schon mal so eine Lampe aus Ton gesehen? Vorne schaut ein Docht heraus. Der Docht war ein Stück Stoff. Zu Zeiten von Jesus war ein Docht ungefähr so lang. Ein Stück Stoff aus Flachs, aus Leinen. Er war aus Leinen gemacht. An einem Ende wurde der Docht angezündet und der Rest lag in der Lampe im Öl. Solange noch genug Öl darin war, brannte die Flamme. Die Flamme brannte so lange, wie das Öl reichte. Aber was passierte, wenn das Öl ausging? Oder wenn der Docht zu nass wurde? Wenn es regnete oder dergleichen? Bestimmt können Sie sich vorstellen, was dann passierte. Wenn eine Kerze ausgeblasen oder gelöscht wird, gibt es Rauch. Rauch riecht nicht so schön. Wie bei einer Aromatherapie, da hat man diese verschiedenen Düfte. Aber wenn man am Ende die Kerzen ausbläst, hat man viel Rauch. Kein Weihrauch mehr, kein Lavendel mehr, kein Lemongrass. Nur noch Rauch. Ähnlich kommen wir uns manchmal vor. Ausgebrannt, verkohlt, kein Öl mehr, keine Salbung mehr. Wir kommen uns leer vor. Wir geben nur noch Rauch von uns. Kein gutes Zeugnis. Keinen schönen Duft. Nur stinkigen Rauch. Ein glimmender Docht. Doch Jesus löscht ihn nicht aus. Er lässt uns qualmen. Selbst wenn wir kein gutes Bild für ihn abgeben, lässt er uns. Er löscht uns nicht aus. Er sagt uns nicht, du taugst nichts. Du bist nur ein Stück Stoff, das ich abschneide. Andere würden einen nutzlosen Docht gleich wegwerfen. Warum? Weil Flax billig ist. Flax ist Dutzendware. Man kann ihn überall bekommen. Also kann man ihn auch schnell wegwerfen. Wenn ein Docht verkohlt ist, wirft man ihn eben weg. Aber Jesus wirft uns nicht weg. Er löscht uns nicht aus. Er liebt uns weiter. Er liebt uns bis ... Bis wohin? Bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Das heißt, dass er uns Recht verschafft. Wenn es einen Feind gibt, wenn der Teufel kommt, um zu stehlen, zu zerstören und zu töten, dann setzt Jesus sich für uns gegen unseren Feind durch und verschafft uns Recht. Das Wort, das hier in Matthäus mit Sieg übersetzt wird, wird in Jesaja, dessen Prophetie Matthäus zitiert, mit Wahrheitsgetreu übersetzt. Jesaja sagt tatsächlich, wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Warum? Weil es die Wahrheit ist, die uns zum Sieg verhilft. Jetzt gerade hören Sie die Wahrheit. Und wissen Sie, was passiert, wenn Sie die Wahrheit hören? Sie erlangen Sieg. Die Welt gibt uns nicht die Wahrheit. Ja, sie gibt uns Fakten. Und selbst dann muss man sich durch viele Lügen und Übertreibungen, viel doppeldeutiges Gerede und dergleichen durchkämpfen. Die ganzen Medien, die es in der Welt gibt, die ganzen sozialen Medien, mit denen wir vernetzt sind, das alles fordert viel Unterscheidungsvermögen, um die Wahrheit zu finden. Aber wer von Ihnen ist auch froh, dass Sie sich in Gottes Wort nicht durch Lügen kämpfen müssen? Es ist die vollkommene Wahrheit. Und sie macht uns frei. Um göttliche Weisheit zu verstehen, müssen wir verstehen, was 1. Korinther 1 uns sagt. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Welt seid? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Die Welt hat also Weisheit. Aber Gott hat ihre Weisheit zur Torheit gemacht. Wie bei unserem Beispiel am Anfang. Die Weisheit der Welt besagt, stell keine Arbeiter an, die nicht nützlich für das Unternehmen sind. Das ist ein gutes Stück Weisheit für Menschen, die ein Unternehmen gründen, oder? Das ist die Weisheit der Welt. Doch Gottes Weisheit sagt, statt auf Profit bedacht zu sein, benutze lieber Leute, die loyal sind, die gut zu einem sind. Das sind am Ende die Besten, die man haben kann. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben, zu heilen, zu erhalten, zu segnen, das alles ist in dem Wort retten mit inbegriffen. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern, das Wort Zeichen hier ist das gleiche Wort wie für Wunder, Jesus vollbrachte viele Zeichen, die Zeichen, die Jesus gab, waren seine Wunder. Wunder, Zeichen, übernatürliche Ereignisse. Die Juden forderten Zeichen und die Griechen verlangten Weisheit. Das gilt auch heute noch ein Stück weit. Europäische Länder, die westliche Zivilisation, ist mehr auf den Intellekt ausgerichtet. Sie sucht nach Weisheit. Menschlicher Weisheit. Nicht Gottes Weisheit, sondern die des Intellekts. Wohingegen andere mehr auf Wunder aus sind. Sie sehen übernatürliche Erscheinungen in allem. Im Judentum gibt es die sogenannte Gematrie, eine Technik, um mithilfe von Zahlen verschiedene Worte zu interpretieren. Das wird auch auf den Kosmos und die Sterne angewandt und auf Naturereignisse wie Sonnenfinsternisse. Das ist keine Astrologie, aber es ist schon ein Versuch, Bedeutung in allem zu finden. Aber auch das ist nicht Gottes Weisheit. In der Bibel steht, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft, die Wunder wirkt, und Gottes Weisheit, die wahre Weisheit, die wir suchen. Warum ist das so? Warum? Nun schauen wir aufs Kreuz. Wer hätte gedacht, dass die Lösung für die Probleme der Welt das Kreuz ist? Aber lesen wir diesen Abschnitt erst zu Ende. Nächster Vers. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Eigentlich gibt es natürlich keine Torheit in Gott. Das ist nur eine Ausdrucksweise. Selbst wenn es Torheit in Gott gäbe, wäre sie weiser als die Menschen. Und selbst wenn es Schwachheit in Gott gäbe, wäre sie stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch. Er sagte nicht keine, sondern nicht viele. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, sprich menschlich gesehen nicht viele Weise. Nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Wohlgemerkt, er sagt wieder, nicht viele. Er sagt nicht, überhaupt keine. Nicht viele Macher sind berufen. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Schauen Sie aufs Kreuz. Mit rein menschlichen Augen sieht man am Kreuz vielleicht nur einen toten Mann. Für viele Juden damals war das kein Zeichen von Gott, sondern ein Stolperstein. Wie soll das Gottes Kraft sein? Ich sehe da einen blutenden, nackten Mann. Jemanden, der in Schande am Kreuz stirbt. Die Welt verspottet ihn. Wie soll das ein Sieg sein? Die Griechen sahen das Kreuz und sagten, das soll Weisheit sein? Das ist doch ziemlich dumm, am Kreuz zu enden. Doch für uns ist es die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes. Warum? Weil wir das Kreuz mit Gottes Augen sehen können. Und dann sehen wir, dass es seine Kraft und seine Weisheit vereint. Der Teufel pocht auf das Gesetz. Er achtet genau darauf, ob Gott seinen Thron erhält. Wie es in den Psalmen heißt, Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste von Gottes Thron. Gottes Thron basiert auf Gerechtigkeit, auf Rechtsprechung. Bei dem geringsten Verstoß, beim geringsten Verstoß gegen Gottes Gerechtigkeit sagt der Teufel gleich, dein Thron wankt. Dann ist Gottes Thron nicht mehr Gottes Thron. Und der Teufel ist der nächste Anwärter auf den Thron. Sie sagen, Pastor, was meinen Sie damit? Das ist ein wichtiger Punkt, über den ich vor einigen Wochen gesprochen habe. Es gibt diese Realität, über die nicht oft gepredigt wird, nämlich, dass der Teufel glaubte, dass er Gottes Platz einnehmen könnte. Er wartete nur darauf, dass Gott seiner Gerechtigkeit zuwiderhandelte. Wie konnte Gott den sündhaften Menschen annehmen, wo Gott doch heilig ist? Gott wollte, das bezweifelte der Teufel nicht. Gott wünschte es sich, keine Frage. Aber wie konnte Gott das tun und gleichzeitig seine Gerechtigkeit aufrechterhalten? Denn sein Erbarmen durfte er nicht auf Kosten seiner Gerechtigkeit walten lassen. In der nächsten Sendung? Und als Jesus am Kreuz starb, da fiel der Fluch des Gesetzes auf ihn. Aber Jesus war kein gewöhnlicher Mensch, der dort am Kreuz starb. Deshalb, als der Fluch auf ihn fiel, da erschöpfte er den Fluch. Wenn wir heute noch sündigen, dann hängt kein Fluch mehr über uns. Tschüss. Schöpft ucht